4x40 Ticker, der kennt jeden Kurve war beschissen Sag mal, wenn der von mir weg ist am besten Ich weiß gerade, dass er nicht auf dich drauf Also, er war gerade auf mich drauf, ne? Das heißt, er wird nicht auf mich drauf gehen Die Gründe war ziemlich los Sehr interessant Oh, Mohammed Edjan ist vor Tersatzke Was ist denn gefahren, Sepo? 42-1 Auf fettem, auf fettem Gemisch Ohne sein Fast auf Video Hm? Fast auf Video Egal, ich will mal einen Doppelsieg haben Und nicht wieder so'n Direkt fast unendlich zu verletzen Und nicht so'n aufgekrampt werden bei dir Du kannst mich nicht mehr verletzen, ist mir egal Beleidige mich Beleidige mich Ja, ich schlag mich Das war jetzt aber ne... Das war jetzt aber ne Wasted Lab Ja, Bim Ganz ehrlich, dann fahr du mit Ja, kann ich machen Nach seinem Podium in Russland ist er motiviert Der Mann Wird jetzt aber grad mal ein P8 Ohohohoho Ohohohoho Nö, war nicht hart, kommt der hin Das kommt nicht hin Also im Qualifying würdest du besser als P8 sein WTF Aha, die Alphas geben sich mit den Schotten Ja, verboten Das haben die auch schon letzte Woche gemacht Aber hat den nicht zugebracht Invalid Guck mal an das Das Vettel, Melrocks und so, die kommen ja auch noch eigentlich Für in der Zeit Denk ich mal, Seppo sollte sie die EP2 holen Starts jetzt Viel Glück Da muss man denn hier raus Und eine Runde schaffen 2.30 So Da muss man denn hier raus Hört sehr gut aus, der Podium Hört sehr gut aus, der Podium Ja Pssst Abonniert Scher's auf Jawoll Let's go Stark Mann, der scheiß Querstier Ja, ohne den Querstier wärst du jetzt sogar Zwischenzeitlich vor, Leines Hä, ist das nicht in der beste Runde jemals hier? Auf jeden Fall besser als bei GSP Ja, okay, das schon Er macht halt das Auto aus, ne? Digga, ich denke, nach einer schnellen Runde sind alle auf Outlab Das ist Mercedes unter mir Mercedes ist nicht auf einer schnellen Runde Digga, warum überholen die mich also nicht alle denn? Da kannst du ja am Montag nochmal beweisen, dass es am Renault liegt Ich fahr am Montag wieder BWT Ey, der Mercedes ist so ein Keck, Digga Der überholt mich in... Oh, da ist Damien, oh Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu F1 2020 BBB Champions Series In der BBB Racing Ja, wir haben uns ein One-Two geholt Ähm, die erste Reihe BBT, GSP im Qualifying Beim Bölgern Grand Prix Ähm, meine Runde war jetzt nicht die fehlerfreiste Ähm, aber eine 40-8 in Bölgern Kannst du auf jeden Fall sehen lassen Ach nicht Fick dich Jeder ist besser und brav-klubs als JC Haha Perfekt Oh, deine Strategie ist sovshart Perfekt Ich bin eiskalt wie ein Vulkan wenn ich vor dem Tor stehe Was denn eiskalt wie ein Vulkan? Ich schreib eiskalt wie ein Vulkan Let's go Das waren meine 93 Grad Reifen, perfekt Stark Und pushen Gut, gut, gut Push mal Warum? Ah, okay Womit jetzt Das macht keinen Sinn, Digga Wir hauen die ganze Batterie weg Wulich, komm Digga Ja, ja Ja, ja, push, push, push Ich push auch Mach's einfach breit Ah, ich sind eh vor uns Mager Wundschatten Sporn Mutterkühl Äh, der hinter Walk's Rage ist der ne? Hm Ja Das ist nicht gut Er war auch on board War es Walk's Rage schuld oder? Er selber weggedreht Selbst Und das ist nicht gut, obwohl Weiterfahren, weiterfahren Ja, ja klar Vielleicht, vielleicht mindestens eine Sekunde Walk's Rage ist schlecht im äh Aus C Oh Der war auch, Digga Ecke boxen Ist das dumm Und wenn der auf hart geht, ist er noch dummer Muss der Oder? Nee Sagen wir ja gleich Das wird ganz, ganz knapp mit Medium Warte Ah, Idiot Ist grad reingehend, als es geendet hat Ja, ja, ist so So Ich geb jetzt gleich mal ein bisschen Gas, Zeppo Mhm Noi Weiterfahren Ja Warte, haben wir jetzt wieder den Bug? Nein, nein Ich glaub, da ist der Da gabst du den Crash, Williams Williams abgeflogen Reflex Mal gucken, ob Damien jetzt, bitte Ja Ja Oh, fuck Delta Kann ich gecheckt Wie ist der? Wie ist der? Ist der? Ist der? Wohninger Scheiße Ja, schau mal nach, bei Boxen und Stopp Wo wir rauskommen Also, ich poche jetzt alles raus, ne? Welche Runde gehst du? Äh Sieben oder acht Wofür werden wir jetzt zugehen, ungefähr? Sieben Lass mich sieben gehen, du bist acht Wie viel Zehn hast du denn? Fangen wir mal so Äh Hallo? 58 Was? Ja, ohne Scheiß Ja, also mir ist egal Danke, du Oder willst du jetzt gehen? Du könntest jetzt auch mit dem Video durchfahren Nein, 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 nein Das ist der Fallkopf Mit drei Sekunden Abstand zu dem Jahr noch der Zehnter ist Nein, jetzt nicht ein Zeh... Digger! Es ist so ein schlechter Scherz, dieses, wo in so ein Spiel Okay Du musst schnell da fahren, sonst kommst du vor uns raus Gerade aus der fucking Box rausgekommen, Alter Ja Ja, aber wichtig, dass sie vor dem Safety-Car sind Ah Sefer hast du nicht gesagt, hast du nicht gecheckt Hahahaha Scheiße Ich denke, die sind alle in der Box, ne? Ja, aber die müssen sich auch ans Seite halten Ja, aber es ist trotzdem widerlich Genau, wenn wir an der Box vorbei sind Ich denke, der Double-Secuit wird jetzt ganz, ganz eklig Ja Ist halt knapp Drive-Though für jemanden Oh, das ist 13 Er ist echt knapp mit dem Williams Wohl, ne, doch nicht Easy Ah, fast Aber, äh, aber das ist schon gut für Aber Zepo wird vor dem OX Rage rauskommen, das ist wichtig Ja, für Double-Stacks in diesem verfickten Game war das schon gut von euch Ah, das ist wichtig für OX Rage Ja, und OX Rage auch schon auf Waden Schade Oh, fast alles ist easy Alles easy So Und Demian OPS Dieser hat schon zwei Warnings Der Williams hat schon zwei Warnings Ich glaube... OX Rage hat zwei Warnings Wichtig Damon hat eine Warning Wie sieht es für euch aus? Ich glaube keine Zepo eine Zepo eine Ja, da wo ich gerade vorbei geformt bin, dann bin ich zweiter da aus Beim Ausholen Ausholen? Oh, okay Ja, also beim Kurveningang Ausholen Jetzt war das Selfie-Cut drehen, Digga Jeewee Jeewee Safety Car kommt in dieser Runde rein, machen wir uns wieder für das Rennen bereit Wenn das Feld beschleunigt, denk daran, dass bis zu den grünen Flaggen überholfen wird Nein, jetzt sind zu kalt Fuck Safety Car kommt in dieser Runde rein Egal, die haben harte Reifen, die haben noch weniger Temperatur Fuck, sind die Reifen kalt Es sieht aus wie ein Trafik auf der Motorrad 73 Grad Mit der Reifen Drei, zwei, eins, go Und zack, geht aus dem Bär ist raus Was denn? Das ist so schlimm Ist doch ein gutes Gameplay, Männer Okay, alles klar Sehr vor, gib ihm 1,6 Sekunden Ich denke mal, hat glaub ich gar keinen Terminatorik in der Reifen, der kommt gar nicht bis kurz Sehr vor, Junge, gib ihm Zeig ihm, wer der Sapsky ist Der Sapsky goes around der Zeit Ja, das kann man auch aufs erleben Der ist definitiv, der war vorbeigewinkt, den Juan Du leidt wieder Ehre im Chat, Alter Der gerade hab schon 5 Minuten für den Emoji gesucht Aber was soll er sich machen? Er darf sich nur nicht An Ruhe X-Rage noch beeinflussen lassen Er blinkt Das gerade guckt er noch drauf, und jetzt hat er es verpasst, wie er rumrücken muss Hm Alter 5 bis B8, aber ja Einfach B5, natürlich Perfekt aus dem Journal, Alter Neu Sekunden Neu Sekunden Heppo Heppo Dadurch ist jetzt wieder FuckinWalksWade schon, das war so dumm. Ich wollte vorbeigehen und er hat mich halt von Strecke gepusht. Jungen, wo hinten der Haas, Alter, da hinten dann gar nichts. Ja, der hat gar keinen Bock mehr der 2.30 Sekundenstrafe aus Fucksland. Ja, der UN, Alter. Ist der DNF oder was? Nee. Hat der doch Donuts oder was? So, wir schießen sie mich einfach ab. Das Wolle Fight, das Wolle Fight, oh oh. Oh! Oh! Digga, er kommt einfach wieder auf die Strecke mit was abgeflogen. Digga, der Bot fällt aber voll auf, Digga. Ich kann mir sogar echt vorstellen, dass der Donuts gemacht hat. Stark Linus, äh, Sappo. Okay, alles klar. Jetzt ist er wieder drauf. Hm? Er hat eine Schlange, die wir in der Schlange haben. War da drauf? Ja. Ja, ja. Wärst du jetzt bei Runde 16 oder so, Safety Can nochmal in die Box gegangen? Nee. Ich hoffe, Warx das jetzt nicht die drei Sekunden aberkennen, weil er da im Battle war. Nee, Digga, er hat doch selber geklappt. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ich glaube, Josh hat glaube ich den Restart vergessen, Digga. Ja, jetzt lobt er dich wieder schon in den Müll, bist du ein bisschen in den Müll, Digga. Okay, wo ist dein Amplätze? Und ich glaube, er hat den Restart nicht gefallen. Was ist das? Und ich habe mit dem umgefallen, ich glaube ich den Restart nicht vergessen, was ist das? Und ich habe noch mit diesem Problem, ich habe dem USA nicht gefallen. also trotzdem starten weißt du kein einziges want to gehörten jetzt einfach um die championship klar zu machen in fahrer und konstruktors anwes den wohnen das kam aus dem bauch das sind get better than that sagt josh birch ja wir haben es geschafft gg an linus zum wm titel ja doppel sieg um alles klar zu machen die wm und auch die team wm vorderwm und team wm mit einem doppel sieg war schön das gibt es nicht wo er ist hat sie noch die schnellste runde geholt auf platz drei und bei den standings her linus kann ihm eingeholt werden ich habe vielleicht noch eine chance auf platz drei da muss ja schon deutlich mehr punkte holen als damien im nächsten rennen ist auf jeden fall möglich aber muss mal schauen nächste renne silverstone nächste woche sonntag jetzt gibt es erstmal ein bisschen party wir haben die champion series gewonnen gsp best league bis nächsten sonntag haut rein ja 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 ja